Hallo meine lieben Kunden, wir sind verrückt und ich bin's wieder unter Gras-Dreh und scheiße! Wann habe ich das letzte Mal einen Vlog im Auto gedreht? Immer dann, wenn ich extrem aufgeregt bin. Und so ist es heute. Wir fahren nämlich gerade zur You-Messe, zum XXL-Tuber-Day in Berlin. Und ich bin so scheiße fucking aufgeregt, weil ich zweimal auf die Bühne muss... Oh! Einmal muss ich auf die Bühne, weil wir zwei Parodien von uns performen. Das ist das erste Mal und wir machen es leider Playback, weil ich mich nicht als Sängerin fühle. Und ich glaube, es wäre mir unangenehm, wenn ich meinen Text vergesse beim ersten Mal. Deswegen habe ich gesagt, ich muss das Playback machen, sonst ist es peinlich einfach. Und ich möchte einmal für Lesara eine Modenschau machen. Also ich bin jetzt kein Model, ich habe auch keine Modelmaße und ich kann auch nicht laufen. Aber ich dachte mir einfach so, aus das für Fun kann man ja einfach mal mitlaufen und ein paar Klamotten präsentieren, weil es echt coole Klamotten sind. Und ich habe mir da auch schon einiges bestellt. Willst du noch was sagen? Du bist voll entspannt, warum? Naja, warum? Es passiert doch nichts. Wir stehen da auf der Bühne, die Leute können uns ausbuhen oder zujubeln oder sie machen einfach gar nichts und gucken dann auf ihr Handy und schreiben nebenbei WhatsApp. Und es passiert gar nicht, was wir da machen. Aber ist ja egal, wir sind ja nur auf der Bühne, Henning Merten. Ach, wir sind am Slash. Wir sind am Slash! Wir sind jetzt in der... Was ist das in der Bib? Was? Ich glaube ich so. In dem Bib. Im Bib. Und es wurde gerade Soundcheck gemacht. Oh! Es wurde gerade Soundcheck gemacht. Und wir machen keinen Soundcheck beim Veranstalt vor dem Soundcheck. Scheiß drauf. Wir gehen einfach so raus. Ich... Ach, scheiße. Jetzt ist es ein bisschen ruhiger. Jetzt wollen wir nicht mehr so schreien. Ich bin... Nee, wirklich. Ich bin richtig... Ich war noch nie so aufgeregt wie heute. Alter. Ich mach keinen Soundcheck. Ich geh einfach so raus. Gleich. Hallo! Ey, kurz vor dem Auftritt haben wir schnell Outfits gewechselt. Ey, ich bin auch bescheuert. Ey, Frauen! Okay, noch ein Lied. Und dann sind wir dran. Und wenn ich jetzt nicht aufgeregt bin, dann weiß ich auch nicht. Scheiße. Ja! Ja! Ich bin so aufgeregt, Henning. Ich bin so aufgeregt. Das war's für heute. Ich bin ein bisschen glücklich, aber ich bin ein bisschen glücklich. Ich musste gerade mit Entsetzen feststellen, dass ich völlig vergessen habe, das Ende zu drehen von unserem tollen Video. Nach unserer Parodie auf der Bühne ging es einfach nur noch zack, 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 zack. Ich hatte gar keine Zeit mehr. Ich hatte niemand mehr Zeit zum Essen. Danach musste ich für Lezara Modenschaum machen. Was heißt, ich musste? Ich wollte. Ich fand das eigentlich ziemlich cool. Achso, danach musste ich noch zwei Stunden Autogramme geben. Dann noch mal eine Stunde Interview. Ich war danach so platt. Wir waren zehn Stunden da. Ich habe zehn Stunden nichts gegessen. Und dann kam ich nach Hause. Ich hatte so einen Hunger und ich war aber auch so fertig. Und am Sonntag, am Sonntag haben wir zweieinhalb Stunden Mittagsschlaf gemacht und alles. Also ich war richtig kaputt danach. Aber es war richtig cool. Es war auf jeden Fall eine richtig coole Erfahrung. Ne, und du warst bei der Tagesmami. Ich weiß noch nicht, ob das so mein Ding ist, muss ich sagen. Ich war ziemlich steif. Mein Ding ist da voll abgegangen und ich habe mich einfach nicht getraut. Ich war einfach viel zu unsicher. So, Meilin, du gehst jetzt ins Bett, ne? Sagst du Gute Nacht? Gute Nacht. Winke, Winke. Winke, Winke. Tschüss. Tschüss. Dann machen wir aus. Tschüss. 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 Tschüss.